Oh, mein Bart kratzt voll, ey. Wieso hast du den? Weil ich so lange auf die zweite Folge gewartet hab. Aber jetzt ist der zweite Teil ja da. Ja? Nein, das ist eh. Cheapin, ach so, ne. Du bist auch mal einfach im Plan, ey. Lass Subway. Subway? Subway. Subway meinst du? Wie die U-Bahn. Ach so, okay. Wieso ist der Subway? Was machst du das? Wieso, wieso? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, da ist kein Text dazu. Da ist Text dazu? Auf den Ersprechplatz? Für Inspiration, raus. Ah, okay, machen wir. Jo, scheiße, Mann. Ich hab viel zu große Ohren. Ich brauch viel zu große Wattestäbchen eigentlich. Aber das gibt's nicht so groß, Mann. Der ist ja richtig behindert. Was soll ich denn sagen? Du mit deinem Dreckswattestäbchen. Ich kann meine Nase nicht putzen. Da geht die Hälfte daneben. Was soll ich denn sagen? Du mit deinem Dreckswattestäbchen. Das ist Kalapso. Das ist kalt. Muss ich jetzt ja reden, ey. Möchten die vielleicht Milchengrauben? Wieso ein geistig Behinderter? Bei Subway gibt's Milchstecks? Ja. Haha. Okay. Als wenn die so ein Glas da haben. Das ist schon ganz lecker, ey. Ja, Mann. Richtig geil. Das ist sogar gut. Okay, lass jetzt gehen. Wir haben nicht bestellt. Dann ballt euch doch. Sorry. Nicht für Geraffen hier. Das ist Diskriminierung. Ich bin keine Gedaffer. Ja, ja. Und der ist nicht Dumbo. Schon klar, ey. Ey, ich bin gar nicht Dumbo, Mann. Ja, ja. Und der ist kein Nasenbär, Ameisenbär. Haha. Ey, ich bin kein Nasenbär und kein Ameisenbär. Ja, ja, lol, ey. Oh, sorry. Wir gehen jetzt, Mann. Ja, wir gehen jetzt, du Pisser. Entschuldigung, wo ist denn Ihre Lizenz? Was machen Sie einen Führerschein? Ich hab nur einen Heiligenschein, aber beides hab ich leider nicht. Ja, das geht so aber nicht. Das ist regel... nicht konform. Nicht regelkonform. Was? Scheiße, Mann. Okay, wie viel kostet das denn, ey? Die Lizenz, oder was? Die Lizenz, genau die. Nun ja, also, wenn Sie die Premium-Lizenz wollen, kostet es natürlich eine kleine Aufsumme von circa 50.000 Euro. Ich hab kein Geld, Mann. Fuck. Ja, jetzt möchte ich Sie bitten, hier einmal einzusteigen, bitte. Danke. Was, ey? Ey. Hier ist kein Platz mehr, Mann. Hallo, ich hätt gern einen Lang-Nasen- und Lang-Hals-Transporter, bitte. Danke. Tschüss. Gruß auf ein Funkgerät an, ne? Ja. Okay, gut. Klingelton ist genauso. Nein, das ist kein Funkgerät, das ist jetzt ein Telefon. Achso, okay, hab ich verwechselt, tut mir leid. Das ist ein moderner Polizist. Okay, tut mir leid. Wer seid ihr denn? Wo bist du denn? Hier. Achso. Ja, ist dunkel hier, weißt was ich meine. Wie lange mischt ihr? Fünf Jahre. Warum? Wir haben keine Lizenz gehabt. Oh. Das ist... Oh. Aber das Gefängnis, das verändert einen, sag ich euch. Ich war mal weiß. Warum ist es eigentlich so dunkel hier? Wir machen Mittagsschlaf gerade. Warum schläfst du da nicht? Weil ihr mich gerade geweckt habt. Schlaft auch was. Okay. Jodermittag. 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 Jodermittag wünsch ich auch. Jodermittag. Wir haben uns auch ein Bett für euch. Jetzt seh ich dich, lol. Ich geh was essen. Also nicht die Stadt, sondern hat das andere. Was soll ich meinen? Lasst euch überraschen. Das sieht nicht lecker aus. Geht noch mehr zur Auswahl, sag ich euch. Ich hätt gern ein Hamburger Royal TS Menü. Mit Pommes und einer Cola. Hallo? Ich hätt gerne... Was wollt ihr? Für mich ein Hamburger Royal TS bitte. Ich glaub du vorweg sitzt ja was. Wir machen Drive-In. Aber du fährst gar nicht. Doch. Na gut, ich hol dir was. Danke. Ich hab noch gar nichts bestellt. Der Drecksdepp. Wow. Warum hab ich Neckes bestellt? Weiß ich auch nicht, Mann. Aber ich hab kein Geld, Mann. Ey, das ist alles gratis hier. Saustart, Mann. Na geil, Digga. Ich seh's essen, hier ist alles super. Ich weiß jetzt nach dem Essen. Ich nicht. Okay. Ich auch nicht. Lass uns gut, ey. Leute, das ist der beste Tag meines Lebens, Mann, ey. Da kann ich dir zustimmen. Das ist ein gutes, gutes Tag heute. Guter Tag heute, meine ich natürlich. Wollen wir jetzt ein Bingo spielen jetzt? Digga, was? Bingo habt ihr bei euch? Warum willst du denn Bingo spielen, du? Jo, Bingo ist doch stark. Machen wir immer jeden Donnerstag. Warum ist heute Donnerstag? Weiß ich auch nicht. Heute ist Freitag. Heute ist Freitag. Heute ist Freitag. Komm, wir gehen Freitag, tut mir leid. Machen wir den Freitag? Okay, mach mal. Jo, guck, ich geh hier hinsetzen einfach. Hier hinsetzen? Okay, ich setz mich hier hin jetzt mal. Oh, sorry. Hey, kein Ding, Mann. Kellner, komm mal kurz ran. Da hatte ich gerade Angst. Hier habt ihr Kellner? Ja, die Polizeiwachen. Ich hab unsere Bingo-Karten. Aber Bingo ist kein Kartenspiel. Bei uns schon. Spaß, lol. Ich mein die Bingo-Teile. Halt. Bingo! Was ist denn jetzt hier los? Jetzt haben wir alle Bingo. Weil wir Bingo haben. Das war ein Tag. Ja, würde ich es auch sagen. Sauerstoffig. Ich hätte nie gedacht, dass ich das... Ein Tag wird. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Aber das Gefängnis ist echt nice, ey. Wer hätte hier früher hingehen sollen, ey. Ich weiß nicht, Alter. Gute Nacht. Gute Nacht, ey. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist ganz nach deinem Geschmack, Alter. Alle zusammen in einem Bett. Das sind einzelne Betten, du Kick, ey. Da bist du, du Frisser. Ich hatte gesagt, dass ich keine Katze. Und du solltest mir die Giraffe zurückbringen, bitte. Du kommst jetzt mit mir. Und du wirst bezahlen. Wacht mal grad hier. Wie viel? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mit deinem Leben? Ah, ah, ah. Damit muss ich jetzt letztens bezahlen, ey. Also ihr könnt eigentlich auch gehen. Halt keine Bewegung, Polizei! Der wird noch bezahlen, der Frisser. Okay. Gute Nacht noch. Bis morgen, Leute. Alarm! Wasch los, ey? Alarm! Was? Wasch los? Alarm! Die fliegenden Plätzchen greifen an. Wir mischen in den Bunker. Ist echt voll hier. Ich weiß nicht, dass voll hier ist. Ich würde auch sagen, dass voll hier ist. Ja, frisch voll hier. Ultrafoll hier, Digga. Aber hier oben ist guter Luft. Das wollte ich auch mal sagen. Wir müssen nicht lange hier bleiben. Wenn die nicht reinkommen, können wir auch gleich frühstücken. Ratatata! Bum bum bum! Tschüssau! Ratatatata! Ratatatata! Ratatata! Ratatata! Was für ne Waffe, ey! Die hat Schalldämpfer, Junge! Das hört sich gut an! Naisch, endlich Essen! Anderes Erfolgsreich verteilt! Das könnte aber auch mehr! Fall sein! Warte mal! Ne was? Ne Falle! Ne, ich glaub nicht! Okay, dann los, Mann! Geh mal raus hier! Ich will das auch noch ein Loch. Was ist denn da los? Ich kann ganz rausgucken, lol! Aber wegen der Umwelt wird geheizt. Das ist offen! Scheiße, Mann! Das ist gut für die lange Nase! Lass mal reparieren! Hammer, ey! Wie neu! Heute ist Probe, ey! Willkommen zu spät, Mann! Probe? Was für eine Probe! Musiker! Warum sind die im Wasser in Schwimmreifen? Musiker, red! Was machen die denn da? Was? Also ich find das nicht gut, muss ich sagen! Ey, schreck von dem Verrückten! Ich auch, ey! Lass mal zurück in die Zelle! Wurde hin! Was machen wir jetzt? Ausbrechen! Wir müssen hier raus! Ich muss raus! Ich muss hier raus! Ich muss hier raus! Ausbrechen! Ne! Aussprechen machen wir jetzt! Ich hab ne Idee! Wir machen Teamwork! Komm, bis der Longnore stehen! Du, Arsch, das kleine Ding! Du, Arsch, das kleine Loch da rein! Wieso ein Specht? Sau starker! Jetzt du! Du, Arsch, du! Aua! Jetzt du! Stabilis Tricolorn, Mann! Stabilis Tricolorn, Digga! Stabilis Tricolorn, ey! Stabilis Tricolorn, ey! Stabilis Tricolorn, ey! Das ist weich! Moment! Bevor wir gehen! Einer für alle! Alle für eine! Scheiße, Mann! Das ist gay! I can show you the world! Denn was? Nein! Nicht? Nein! Du musst das alleine sehen, Alter! Ey, ich seh nichts hier! Ey, ich seh was! Bische links! Bische links, okay! Bische wieder rechts! Scheiße, Mann! Bische wieder links! Bische links, okay, ja! Aber jetzt ein bisschen... Bische tiefer! Bische tiefer, bitte! Das war zu tief! Bische wieder hoch! Bische hoch! Alles gut, alles gut! Jetzt wieder ein bisschen rechts! Ja, ein bisschen rechts! Ein bisschen mehr rechts! Ja, und jetzt ganz zackig links! Und nochmal rechts! Und jetzt haben wir's! Und jetzt seh ich auch nichts mehr! Scheiße, Mann! Scheiße, jetzt zu neblig! Scheiße, Mann! Ich riech schon unser Zuhause! Echt? Okay, dann immer der Nase nach! Gib die Werkbeschreibung, Nino! Gerade raus! Vielen Dank! Ey, das war ja saustark, Mann! Der Laden war am Anfang echt nice! Doch jetzt nicht mehr! Jetzt nicht mehr, ey! Alter, da kommen die mit dem Scheißmusiker! Da kommen die mit dem Scheißmusiker! Scheißmusiker, ey! Gut, dass unsere Annalien uns gerettet haben! Ja, das ist echt gut! Aber die haben uns auch in die Lage dafür gebracht, ey! Aber Ranji, das ist im Knasch! Also Samir, also ich sind jetzt... Also bin jetzt sicher! Ja, das ist ja echt geil, ey! Aber die Mafia hat meine Mutter noch! Und wir sind mit dem Plan noch nicht weitergekommen! Ja, stimmt! Das war ja eigentlich der Plan, den wir machen wollten! Das haben wir aber jetzt nicht gemacht! Aber jetzt brauchen wir erstmal eine Lizenz! Ich brauche erstmal eine Lizenz! Und dann brauchen wir einen Plan! Weil wir uns gegen die Mafia noch... Weißt du was ich meine? 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 Weißt du was du meinst?